Stand-by-Mode All-CK-Scan-Programm Was ist hier? Wir sammeln... Wir machen das hier einfach mal Wir clearen das mal Alter... Okay... Fühlt sich aber auch viel viel krasser an, direkt wie Waffen Kann man das hier irgendwie befreien, dieses Areal? Oder ist das ein Trainingsareal? Ich weiß es nicht Ja... Kann man hier alles säubern von Gegnern? Wir testen das jetzt hier So, jetzt sind hier keine Gegner mehr drin, ne? Da kann man nicht hin Na, ist glaube ich einfach nur So ein bisschen Trainingsmäßig Mega Leute... Ey... Es ist geil So, TPM für die Karte Okay, das sind anscheinend die Teleporter Ja, okay Haben wir uns auch erfolgreich teleportiert Die sieht halt auch mega cool aus, ne? Mit zwei Augen und so Ja... Vor allem, wie weit man auch halt einfach so reisen kann, ne? Jetzt schon Und sehr viel ist auf der Karte halt schon aufgezeigt Und du hast hier überall Sachen Schirrli... Aber was heißt 15 Mio? 15 Meter, oder was? Also... Das ist unser Kochplan So, was kann ich jetzt hier machen? Das ist unser Kochplan Hange am Fluch einen Silberbarsch Oh ja Kochen Sind schon Stufe 9, Leute Hier ruckzock Aber es ruckelt immer noch, ne? Es ruckelt so ein bisschen Ich weiß nicht genau, warum Ein paar Frames lasse ich aus Ich weiß nicht warum Ein paar Frames lasse ich aus Ich weiß nicht, warum So, heben Hebel, Wasserföl Bla 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 Äh Okay Das sieht aus wie ein Damsin Ende Da ist eine Eine leichte Eine wir machen Wir labern den hier noch an Und dann holen wir alles ab Was war Ähm Er ist jemand Der... Aber Ich habe mich ように Ich habe mich nur Bein Ich habe Следующий Scherrli Ich bin Ihr Rappert Ich gehe Okay, so, also, dann würde ich sagen, holen wir mal alles ab, was wir hier haben. Für alle Wanderer, die beim Tower auf Fantasy bleiben, holen wir ab. Geburt der Gnade. Das ist Day 1, okay. Wir holen jetzt erstmal alles ab, was wir hier können. Das ist ein Pass, den man sich holen kann. Kostet... 9 Euro. Sofortstufe 30. Okay, da kriegt man direkt einen SSR, ne? Müssen wir uns mal überlegen noch. So, Meilenstein-Belonung, die können wir erstmal alle holen, weil da gibt es einige geile Sachen drin. Neujahres-Event abholen. So, wenn wir das hier alles gemacht haben, kriegen wir die erste SSR. Und dann, wenn wir das hier wieder rausgehen, müssen wir das hier schlafen. Crazy. Crazy shit. Rucksack. So, was haben wir hier? Schönheitsgutschein. SR-Reliktruhe. 21 von den Dingern, 16 von den. Typ 2 Chips, das sind Verbesserungsdinger. Fahrzeug. Könnte ich die irgendwie ausrüsten oder so. Wahrscheinlich alles später. Das hier kann man benutzen. Das hier ist SR. Wir könnten hier pullen. Wir könnten aber auch hier pullen. Das ist jetzt die Frage, wo pullen wir rein? Pullen wir in den normalen Banner oder pullen wir in den hier? Pullen wir hier rein, ja? Ah, hier können wir ja gar nicht rein pullen. Sehe ich gerade. Moin Moin, wir brauchen diese roten Dinger. Das heißt, wir können ja eigentlich nur hier rein pullen, richtig? Davon haben wir 16. Okay, komm. Komm, wir brüllen. Ihr verbraucht die roten, ja. Komm. Mit den 630 kannst du die Ziehung umwandeln. Okay, wir hooken gleich mal. Nachtigall-Feder. Okay, wir gucken uns das an. Mit den 630 kannst du was machen. Belohnung für den Einkauf. Das hier ist der Shop. Kannst du mich anleiten? Ah, hier ist das wahrscheinlich. Das heißt, wir können dann vier Ziehungen machen. Rotkern erneut kaufen. Okay. Das heißt, wir können hier alle goldenen rein pullen und die vier Ziehungen können wir hier rein machen, richtig? Dann machen wir jetzt erstmal alle hier. Wir haben ja noch elf. Okay, blaues Schmutz. Und dann noch ein Zehner Ziehung. Was ist das hier? Okay. Dann noch eine Zehner, Leute. Wieder nur SR. Wieder nur SR. Zweimal Echo. Das heißt, wir haben die jetzt schon auf drei. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, Waffen. Machen wir erstmal Waffen. Okay, das sind nur Verbesserungsmaterialien. So, und dann können wir noch vier Ziehungen hier machen. Was haben wir hier? Er. Ja. 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 und noch was blaues okay das waren jetzt alle ziehungen erstmal die wir machen können wir haben jetzt schon dreimal kann man das irgendwie kann man wie kann man die ausrüsten wechsel in einen bogen mal zumindest zwei sr waffen so jetzt ist die frage wie kann man die hier wechseln die waffen das habe ich noch nicht verstanden ok ok